Schlicht und dezent ist unser C-Ring Verschluss. Sie wünschen eine unauffällige Verbindung Ihrer Gabionengitter? Dann entscheiden Sie sich für unsere C-Ringe. Alle 5 bis 10 cm ein sicherer Verschluss. Vor der Montage in C-Form, montiert in Dreiecksform, verbindet der C-Ring Ihre Gabionengitter. Die Montage der C-Ringe erfolgt mit einer Spezialzange. Jeder Bestellung mit C-Ring Gabionen liegt eine einfache C-Ring Zange bei. Sie ist sehr handlich und eignet sich auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Als Zubehör können Sie auch eine Zange mit handlichem Magazin bestellen. Durch dieses Werkzeug ist ein schnelles Nachladen der C-Ringe möglich. So geht die Verbindung der Gitter zügig voran. Auch bei unseren vormontierten Körben setzen wir diese Art der Verbindung gerne ein. Die Gabione wird so fertig gebaut geliefert, sie hängen nur noch die Distanzhalter ein und befüllen den Korb. So haben Sie noch schneller Freude an Ihren Gabionen.